Zuerst auf Stoll. So lautet der neue Slogan von Südtirols beliebtesten Nachrichtenportal. Mit diesem kurzen, prägnanten und treffenden Satz überzeugte Gertrud Zuzin aus Kaltern die Jury von SSDSS. Stoll sucht den Superslogan. Das war ganz spontan, weil wenn man es echt eilig hat, dann schauen wir zuerst Stoll. Und da ist das so entstanden. Stoll hat im Rahmen des Innovation Festivals im Potsdam Palais Campo Franco gemeinsam mit seinen Lesern einen neuen Slogan gesucht. Bei dem Gewinnspiel konnten die Teilnehmer ihren Slogan direkt in die Kamera sprechen. Das war eine sehr interessante Aktion. Also Mitmachaktionen sind grundsätzlich sehr interessant, weil man selber was mitdenken, mitgestalten kann. Und war unten beim Innovationsfestival sehr gut aufgebaut, sehr gut aufgemacht. Und ja, das hat die Leute bewogen, zu mitmachen, definitiv. Verina Niederkofler aus Bozen erreichte mit gut zu wissen den zweiten Platz, während sich Sophia Hofer aus Kaltern mit der Newsclick Platz 3 sicherte. Also unter Top 3, also richtig super. Eine richtige Freude, ja, danke. In der Apple TV, Router gekriegt, was sie mir schon kaufen wollte haben und jetzt haben sie gewonnen. Also besser geht's nicht. Hochzufrieden zeigte sich auch Stoll-Verkaufsleiter Alex Mayer, der im Rahmen einer kleinen Gewinnfeier an die drei Erstplatzierten die Preise aus dem Hause Apple überreichte. Ja, so eine rundum erfolgreiche Aktion, glaube ich. Die Teilnehmerzoll war über unseren Erwartungen. Wir haben uns wirklich schwer getan, die drei Gewinner auszusuchen. Schlussendlich zuerst auf Stoll ist, glaube ich, ein gelungener Wohl.